Vielleicht wollte sie ihm eine Lehre erteilen. Vielleicht wollte sie ihm eine Lehre erteilen. Vielleicht wollte sie ihm eine Lehre erteilen. Celui qui croix ça, il est naïf. Wer das glaubt, der ist naïf. Wer das glaubt, der ist naïf. Son père s'est enrichi pendant la guerre. Sein Vater ist im Krieg reich geworden. 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 Sein Vater sind besorgniserregend. Fais voir. Je peux regarder. Darf ich mal sehen? Fais voir. Darf ich mal sehen? On ne peut plus arrêter cette évolution. Diese Entwicklung ist nicht mehr zu stoppen. On ne peut plus arrêter cette évolution. Diese Entwicklung ist nicht mehr zu stoppen. Les rares survivants ne l'oublieront jamais. Die wenigen Überlebenden werden es nie vergessen. Les rares survivants ne l'oublieront jamais. Die wenigen Überlebenden werden es nie vergessen. Un inconnu m'a abordé devant la poste. Un inconnu m'a abordé devant la poste. Un inconnu m'a abordé devant la poste. Il n'a plus de succès. Il n'a plus de succès. Il n'a plus de succès. Il n'a plus rabbits. Es gibt einen�� reaction? Kannst du mir Geldlein borgen? Kannst du mir Geldlein borgen? Il n'a pas encore atteint la limite d'âge. Er hat die Altersgrenze noch nicht erreicht. Il n'a pas encore atteint la limite d'âge. Il n'a pas encore atteint la limite d'âge. Il n'a pas encore atteint la limite d'âge. Est-ce que tu as reçu ma lettre? Hast-tu meinen Brief erhalten? Est-ce que tu as reçu ma lettre? Est-ce que tu as reçu ma lettre? Est-ce que tu as reçu ma lettre? Hast-tu meinen Brief erhalten? Est-ce que tu as reçu ma lettre? Au cours de l'année Im Laufe des Jahres Au cours de l'année Im Laufe des Jahres Dans sa vie, elle en a vu de toutes les couleurs. Sie hat in ihrem Leben viel durchgemacht. Le voilier Das Segelboot Le voilier Das Segelboot Si seulement je savais pourquoi il a fait ça Warum er das getan hat Porte-toi bien Lass es dir gut gehen Porte-toi bien Lass es dir gut gehen Lass es dir gut gehen Quand l'oncle Fred venait nous voir, j'étais heureux Elle prétend avoir prévu la catastrophe Sie will die katastrophe Elle prétend avoir prévu la catastrophe Sie will die katastrophe Sie will die katastrophe vorausgesagt haben En été, il fait jour Jusqu'à 10h Jusqu'à 10h Im Sommer Bleibt es bis Du musst deinen Vater fragen De faut que tu demandes à ton père Du musst deinen Vater fragen Die vollmacht Die vollmacht Ne le prends pas mal Nimm es mir nicht übel C'était des temps difficiles Das waren schlimme Zeiten C'était des temps difficiles Das waren schlimme Zeiten Une minorité opprimée Eine unterdrückte Minderheit Une minorité opprimée Eine unterdrückte Minderheit Ma valise est terriblement lourde Mein koffer ist schrecklich schwer Ma valise est terriblement lourde Mein koffer ist schrecklich schwer Deu attend patiemment sa réponse Deu attend patiemment sa réponse En tour Er wartet geduldig auf ihre Le permis de conduire Le permis de conduire Der führerschein Der führerschein Der führerschein Der führerschein Der führerschein A bientôt, j'espère Hoffentlich bis bald A bientôt, j'espère Hoffentlich bis bald Je n'y suis pour rien Es liegt nicht an mir Es liegt nicht an mir La moitié de nos concitoyens La moitié de nos concitoyens Die Hälfte de nos concitoyens Il prétend qu'il ne le savait pas Er will den dieb gesehen haben Qu'est-ce que tu fais demain soir Qu'est-ce que tu fais demain soir Qu'est-ce que tu fais demain soir Je déteste qu'on me pose cette question Ich hasse es, dass man mich danach fragt Je déteste qu'on me pose cette question Ich hasse es, dass man mich danach fragt Je m'en occupe Je m'en occupe Ich sorge dafür Je m'en occupe Ich sorge dafür Ça arrive très fréquemment Es kommt sehr häufig vor Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses En juillet En juillet En juillet En juillet L'équilibre écologique L'équilibre écologique Das ökologische Gleichgewicht Je te présente Je te présente Monsieur Schultz dont le fils m'a sauvé la vie Je te présente Monsieur Schultz dont le fils m'a sauvé la vie J'ai fait la queue pendant deux heures J'ai fait la queue pendant deux heures Je suis descendu à l'Hôtel Adler sur sa recommandation Je suis descendu à l'Hôtel Adler sur sa recommandation Je suis descendu à l'Hôtel Adler sur sa recommandation Qui te l'a raconté ? 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 C'est du travail d'accueil ? C'est du travail d'accueil ? Das ist verpfuchte Arbeit Das ist verpfuchte Arbeit. Ich liebe nicht so viel zu lernen. Ich lese nicht so G.E.M. Ich lese nicht so G.E.M. Ich lese nicht so G.E.M. Impressionné? 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 Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Es kommt darauf an. Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Das ist mein letztes Wort. Ich glaube, sie ist zum Friseur gegangen. Die Haare fallen ihm ins Gesicht. Les Cheveux lui tombent sur le visage. Die Haare fallen ihm ins Gesicht. Le Snackbar Der Schnell-Limbis Le Snackbar Der Schnell-Limbis L'hypocrisie n'est pas mon fort. Es ist mir nicht gegeben, so zu heucheln. Es ist mir nicht gegeben, so zu heucheln. Un argent fou Ein Schweinegeld Un argent fou Ein Schweinegeld Je n'ai plus que 50 euros Ich habe nur noch 50 euros Ich habe nur noch 50 euros Ich bin froh Ich freue mich, dich zu sehen. Bien que tout le lui est déconseillé, il y est allé seul. Bien que tout le lui est déconseillé, il y est allé seul. Obwohl alle ihm davon abgeraten haben, ist er allein hingefahren. Bien que tout le lui est déconseillé, il y est allé seul. Le trou est profond Bien que tout le lui est déconseillé, il y est allé seul. Seid ihr und je? Seid ihr und je? Seid ihr und je? Le petit-déjeuner Das Frühstück Le petit-déjeuner Das Frühstück Le pommier a pris racine Der Apfelbaum hat wurzeln geschlagen Les Allemands mangent beaucoup de charcuterie Die Deutschen essen viel Aufschnitt Il fait semblant de ne pas y tenir Er tut, als ob ihm daran nicht gelegen wäre Il dort bien ? Er hat einen gesunden Schlaf La maison est à la lisière de la forêt Das Haus liegt am Waldrand Je n'ai pas voulu te vexer Ich habe dich nicht beleidigen wollen Ich habe dich nicht beleidigen wollen Ich habe dich nicht beleidigen Ich habe dich nicht beleidigen Gibt es dich auch noch? Le Marginal Der Außenseite Le Marginal Der Außenseite Si tu penses baroblique vous pensez? Wenn du meinst, sie meinen Si tu penses baroblique vous pensez? Wenn du meinst, sie meinen On ne contredit jamais le Diktateur Dem Diktator wird nie widersprochen On ne contredit jamais le Diktateur Dem Diktator wird nie widersprochen Hier, le cours du dollar était au plus haut Gestern war der dollarkurs am höchsten Hier, le cours du dollar était au plus haut Gestern war der dollarkurs am höchsten C'est ce qui me dérange le plus Das stört mich am meisten C'est ce qui me dérange le plus Il veut profiter du peu de temps qu'il lui reste Er veut profiter du peu de temps qu'il lui reste Er will die wenige Zeit Die ihm übrig bleibt Nutzen J'aime écouter du jazz Ich höre gern jazz Tu en fais de belle Du machst aber Sachen Tu en fais de belle Du machst aber Sachen Ferme les yeux Schließe die Augen Ferme les yeux Schließe die Augen Elle regarde sa mère faire des gâteaux Sie sieht ihrer Mutter beim Backen zu Sie sieht ihre Mutter beim Backen zu Er sieht fern Il regarde la télé Comme s'il n'y avait rien de plus important Er sieht fern Als ob es nichts wichtigeres gäbe Il regarde la télé Comme s'il n'y avait rien de plus important Er sieht fern La prothèse auditive Das Hörgerät La prothèse auditive Das Hörgerät Aucune idée Keine Ahnung Keine Ahnung Exactement Exactement tout à fait Ganz richtig J'ai du travail par-dessus la tête Ich habe alle Hände voll zu tun Ich habe alle Hände voll zu tun Ich habe alle Hände voll An diesem Tag An diesem Tag An diesem Tag An diesem Tag. Découragé. Mutlos. Sie hat Angst um ihn. Sie hat Angst um ihn. Sie hat Angst um ihn. Sie ist die richtige Mutter. Sie tut so, als hätte sie uns nicht gesehen. Sie tut so, als hätte sie uns nicht gesehen. Sie hat Angst um ihn. Er hat Alarm geschlagen. Sie hat Angst um ihn. Donne-moi au moins un Indis. Gib mir wenigstens einen Hinweis. Donne-moi au moins un Indis. Gib mir wenigstens einen Hinweis. 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 Gib mir was dazu zu machen. Ein Jahr Eines Tages Ein Jahr Eines Tages On peut se demander de quoi il vit. Man kann sich fragen, wovon er lebt. Man kann sich fragen, wovon er lebt. Il men une vie difficile Er führt ein hartes Leben Il men une vie difficile Er führt ein hartes Leben Nous sommes en retard Wir haben Verspätung Nous sommes en retard Wir haben Verspätung Elle a une force morale incroyable Sie hat eine ungeheure seelische Kraft Elle a une force morale incroyable Sie hat eine ungeheure seelische Kraft Il a pris le large Er hat das Weite gesucht Il a pris le large Er hat das Weite gesucht Jamais auparavant Il n'a si peu plus Que cette année Es hat nie zuvor So wenig geregnet Wie dieses Jahr Es hat nie zuvor So wenig geregnet Wie dieses Jahr Celui qui a de l'argent Peut tout se permettre Wer Geld hat Der kann sich alles leisten Aide-moi, je ne m'en sors pas Hilf mir, ich komme nicht zurecht Aide-moi, je ne m'en sors pas Hilf mir, ich komme nicht zurecht Würden Sie mal meine Tasche halten Würden Sie mal meine Tasche halten Würden Sie mal meine Tasche halten Ich glaube, du hast immer nicht verstanden Ich glaube, du hast immer nicht verstanden Ich glaube, du hast immer nicht verstanden Wenn man Durst hat, muss man trinken Wenn man Durst hat, muss man trinken Wenn man Durst hat, muss man trinken Que se soit aujourd'hui ou demain Sei es heute oder morgen Je n'en suis pas sûr Ich bin mir nicht sicher Je n'en suis pas sûr Ich bin mir nicht sicher Je ferai de mon mieux Ich werde mein Bestes tun Je ferai de mon mieux Ich werde mein Bestes tun Ça a coûté moins cher qu'on le craignait Es hat etwas weniger gekostet Es hat etwas weniger gekostet als befürchtet Son appartement me plaît beaucoup Seine Wohnung gefällt mir Seine Wohnung gefällt mir sehr Il a placé son argent en Suisse Er hat sein Geld in der Schweiz angelegt Je l'ai oublié depuis Belle Lurette Das habe ich längst vergessen Das habe ich längst vergessen Ich fühle mich gezwungen Ich fühle mich gezwungen hinzugehen Ich fühle mich gezwungen hinzugehen Je regrette de devoir te contredire Es tut mir leid Dir widersprechen zu müssen Je n'ai pas encore envoyé la lettre Ich habe den Brief noch nicht abgesandt Je n'ai pas encore envoyé la lettre Ich habe den Brief noch nicht abgesandt C'est le polar le plus captivant que j'ai lu C'est le polar le plus captivant que j'ai lu Das ist der spannendste Krimi Den ich gelesen habe J'en doute beaucoup Ich zweifle sehr daran J'en doute beaucoup Ich zweifle sehr daran Comment dois-je le comprendre Wie meinst du das Wie meinst du das Wenn es dich nicht stört Wenn es dich nicht stört Du n'est plus tout Baroblick tout jeune Du bist nicht mehr der die jüngste On m'attend à Berlin Ich werde in Berlin Ich werde in Berlin erwartet Ich cuisine presque aussi bien que sa femme Er kocht fast so gut wie seine Frau Er kocht fast so gut wie seine Frau Tous ceux qui étaient présents Alle Die dabei waren Contredire Widersprechen Contredire Widersprechen Éteint Éteint La lumière Avant de partir Mach das Licht aus Bevor du weg gehst Bevor du weg gehst Va coucher les enfants Bringe die Kinder ins Bett Va coucher les enfants Bringe die Kinder ins Bett Elle s'est vengée de cet affront Sie hat sich für diese beleidigung gerecht Sie hat sich für diese beleidigung gerecht Ils n'ont que deux enfants Sie haben nur zwei Kinder Ils n'ont que deux enfants Sie haben nur zwei Kinder Sie haben nur zwei Kinder Du n'a pas répondu à ma question Du hast auf meine Frage nicht geantwortet Le vase bleu est sur la table de la cuisine Die blaue vase steht auf dem Küchentisch Le vase bleu est sur la table de la cuisine Die blaue vase steht auf dem Küchentisch Je ne pouvais pas faire autrement Ich konnte nicht anders Je ne pouvais pas faire autrement Il passe des heures devant la télévision Er sitzt stundenlang vor dem Fernsehapparat Il passe des heures devant la télévision Er sitzt stundenlang vor dem Fernsehapparat Deux a été pris sur le fait Deux a été pris sur le fait Er ist auf frische Tat ertappt worden Je le reconnais C'était une décision erronée Ich gebe es zu Es war eine Fehlentscheidung Tu as commis une erreur Du hast einen Fehler begangen Tu as commis une erreur Du hast einen Fehler begangen Sois d'autant plus vigilant qu'il est armé Passt umso mehr auf als er bewaffnet Sois d'autant plus vigilant Tu n'as rien à faire ici Hier hast du nichts zu suchen Tu n'as rien à faire ici Hier hast du nichts zu suchen Le Somnifère Die Schlaftablette Le Somnifère Die Schlaftablette Il n'entend que difficilement Er kann nur schwer hören Ils se sont combattu pendant des années Sie haben jahrelang einander bekämpft Ils se sont combattu pendant des années Sie haben jahrelang einander bekämpft Où que tu ailles Tu vois des champs d'olivier Wohin du auch fährst Du siehst olivenplantagen Wohin du auch fährst Du siehst olivenplantagen Habituellement, le froid dure jusqu'à fin mars Die Kälte dauert gewöhnlich bis Ende März Il s'est laissé intimider Er hat sich eins küktem lassen 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 Eine station balneaire elegante Ein vornehmer badeort Ein vornehmer badeort Je ne le connais pas Ich kenne ihn nicht Ich kenne ihn nicht Es wird immer schöner Es wird immer schöner Er hat sich eins küktem lassen Peu a peu Nach und nach Peu a peu Nach und nach Er hat sich eins küktem lassen 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 Der Film fängt mit einem Mord an. Diese Arbeit bietet keinerlei Schwierigkeiten. Diese Arbeit bietet keinerlei Schwierigkeiten. Du wärst gut beraten, nicht davon zu sprechen. Du wärst gut beraten, nicht davon zu sprechen. On dirait qu'il va pleuvoir. Es sieht nach Regen aus. On dirait qu'il va pleuvoir. Es sieht nach Regen aus. J'ai failli tomber. Ich wäre beinahe hingefallen. Ich wäre beinahe hingefallen. Ich finde, du hast viel Geduld. Ich finde, du hast viel Geduld. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich seinen Vorschlag nicht angenommen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich seinen Vorschlag nicht angenommen. Ich komme mit ihm gut aus. 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 Ich lief, so schnell mich die Füße trugen. Il a la mort de sa femme sur la conscience. Er hat den Tod seiner Frau auf dem Gewissen. Il a la mort de sa femme sur la conscience. Er hat den Tod seiner Frau auf dem Gewissen. La pluie persistante. Der Dauerregen. 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 Wann wollt ihr losfahren? Quand voulez-vous partir? Wann wollt ihr losfahren? La plupart du temps. In den meisten Fällen. La plupart du temps. In den meisten Fällen. Il s'agit d'un cas tout à fait rare. Es handelt sich um einen ganz seltenen Fall. Il s'agit d'un cas tout à fait rare. Es handelt sich um einen ganz seltenen Fall. Qu'est-ce que tu as dit? 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 Je me suis énormément amusé. Ich habe mich mächtig amusiert. Jean avait espéré de grands avantages. Va chercher un coca dans le réfrigerateur. Ich hatte mir davon große Vorteile erhofft. Hol eine Cola aus dem Kühlschrank. Jean avait espéré de grands avantages. Va chercher un coca dans le réfrigerateur. Ich hatte mir davon große Vorteile erhofft. Hol eine Cola aus dem Kühlschrank. Va le chercher? Hol es dir. Es hat lange genug gedauert. Es hat lange genug gedauert. De quoi as-tu peur? Wo hast du Angst? De quoi as-tu peur? Wo hast du Angst? Tout simplement ridicule? Geradezu lächerlich. Nous devons envisager une autre solution. 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 Elle prend tout comme ça vient. 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 Je le répéterai jusqu'à ce que tu aies compris. Ich werde es wiederholen, bis du verstanden hast. Je le répéterai jusqu'à ce que tu aies compris. Ich werde es wiederholen, bis du verstanden hast. Elle est prêt à tu? Sie ist zu allem bereit. Elle est prêt à tu? Sie ist zu allem bereit. Le mieux, c'est d'attendre. Wir warten am besten ab. Le mieux, c'est d'attendre. Wir warten am besten ab. Il est capable de tout. Er ist zu allem fähig. Il est capable de tout. Er ist zu allem fähig. Son mari cherche du travail. Ihr Mann sucht Arbeit. Son mari cherche du travail. Ihr Mann sucht Arbeit. Je suis impatient de voir, baroblique, de savoir. Je suis impatient de voir, baroblique, de savoir. Je suis impatient. Je suis impatient. Bien qu'il soit déjà enrhumé, il sort sans manteau. Bien qu'il soit déjà enrhumé, il sort sans manteau. Obwohl er schon erkältet ist, geht er ohne Mantel aus. Cela n'est pas vrai du tout. Cela n'est pas vrai du tout. Il se plaint de ses conditions de travail. Il se plaint de ses conditions de travail. Er beklagt sich über seine Arbeitsbedingungen. Le temps presse. C'est aussi mon avis. La gare, c'est encore loin. La gare, c'est encore loin. Ist es noch weit bis zum Bahnhof? Je suis mal garé. Ich habe falsch geparkt. 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 Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe falsch geparkt. 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 Wir werden später davon sprechen. Wir werden später davon sprechen. Ich habe falsch geparkt. 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 Ich habe falsch geparkt.